Du stehst unter ner Brücke, du wirst keinen setzen können. Ich weiß, das ist echt auch... Wir können es eh nicht einnehmen, Rockslide verlieren wir. Oh, die Terraner müssen sich wieder ein. So n Arsch der Welt sind, Alter. Ich seh nix. Boah, wie kann der mich hinterm Baum treffen? Dam, 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 dam. Wer auch immer hinter mir steht, weg da. Ich bin wieder wegen einem Verbündeten gestorben, der sich mit seinem Panzer direkt hinter mich gestellt hat und mir in den Rücken geschossen hat. Oh, ich hab hier Fury. Ja, hoffentlich gescheit, Junge. Jetzt ist er auch noch auf meine Panzer-Teile gefahren, die explodiert sind und jetzt hab ich den Kill für den bekommen. Weil er auf meinen kaputten Panzer gefahren ist. Oh, ich hab den Ding beschlossen. Ich, die treff bloß, ich weiß bloß nicht, wo die Einschläge sind, zunächst. Oh, Leit... äh, jetzt bin ich weg. Also, die haben wir verloren. Mein Leitling haben wir auch verloren. Ja, da standen wir hier außen auf, oder? Die drücken und setzt. Die, oder? Die drücken und setzt. Nee, ich stand da, ich steh da nicht da, aber ich glaub schon, ja. Techniker-Form-Tactical. Mhm. Ich hasse Nexen, die keinen Wert drauflegen, ihre Ingenieure zu beschützen. Nur reparierst sie den Nexen, das abgeschossen wird und sie macht einen Rush. Nur damit sie nicht mehr getroffen wird und der Ingenieur stirbt. Wenn sie repariert wird, würde sie doch keine Standardwaffe für Menschen. Blöd kann man sein. Ganz ehrlich. Von ihrem Wehpunkt übrigens. Das bringt uns nichts. LOL. Scheiße. Scheiße. Scheiße, ne Mox. Okay. Das Team verkackt's richtig. 50% und sie verlieren den Bastion. Unglaublich. Ja, 50%, das sind auch 50% Warnus da. Ja, eben. Aber die Bastion ist ne Base, denn wenn du einmal die Punkte außen hast, hast du sie so gut wie gewonnen. Wir hatten die Punkte. Da muss dann einer zu B. Ich bin schon bei B, aber ich bin der Einzige bei B. Ich komm. Und hier sind 5 Gegner. Ich bin tot. Ich mach mal das Geschütz weg. Wir haben den Sanderer direkt neben B. Unsere Leute laufen um B außen rum, nur damit sie da nicht rein müssen. Ich komm ja schon, Mensch. Und da ist einer dabei beim Sandi. Ja, der sieht schlecht aus. Wir haben die Abenden. Wir haben das. Wir haben die Abenden. Wir haben die Fülle schon. Wir haben die B-Spiegel. Und ich bin unter der Abenden. Und ganz definitiv. Wir haben hier ein B-Spiegel. jetzt sollten wir aber b-punkt wiederholen leute sollten dabei ja der krisse los nach weiter wo ist er das wird er gar nicht mehr am morgen ist die und der geist mädchen wieder drei medics hinten werfen ihre granaten hoch und schauen zu wie ihre leute vor ihnen abgeschossen werden also mehr verloren also das kommt knicken ja und warum weil die leute keinen bock hatten im b-punkt reinzugehen und weil die medics keine lust haben leute wieder zu beleben und ja weil ich hungrig du bist nicht du wenn du hungrig bist glück gehabt jo warum haben wir eigentlich gegen die waren es nur noch riesen basen die wir angreifen können keine ahnung wie essen biolabor bastion da wird es natürlich schwierig mit so einem kleinen trupp irgendwas zu reißen vor allem wenn das behindert ist jetzt sind sie mich ausgeglichen ich glaube ich bin ein gehende operation hoffentlich erforschen zu mir ganz idioten hier weg dann sind ihr offline nur fünf minuten dann isst du was ja dann esse ich was du bist nicht du wenn du hungrig bist ja kein einziger medic da anderer zerstört was die uns dann zerstört leiten hinter uns alles kannst du mir das ding nehmen dann kann ich denken setzen doch ein piek juhu was für ein suche das ist meine freunderschöne geschickt oh fuck ja hä warum ich sind ja schon freunde ne waren wir nicht hä warum weil es verdient hast willst du dann irgendwann noch von wegen setzen bist du ja ich weiß nicht ob du das nein negativ du stehst unter einer brücke du wirst kein setzen können ich weiß wir können es eh nicht einnehmen rocks live verlieren wir ne es lebt noch jo alter eine welkür eine lip bei rock slide auf block bernie nix sind da und zwei andere also der kapitel schweren wo ja wie ich ihn nicht treffe er ist da rechts ja ja aus den alarm jetzt kommt mit ja b punkt b punkt ist besser wir können sie trotzdem mit einnehmen doch können wir wir kämpfen noch schon wir können nichts sagen wir können jetzt einnehmen ja die punkte einnehmen ja die punkte einnehmen über uns ja vor haben wir und hinter uns ja hinter uns ja fast nur weg da oben ich hole mal den der da oben ist ja klar der hat uns das one beacon geholt also da oben ist es da unten was der da jetzt hat sie mir erst mal bis an die und dann das seite ja eigentlich noch mal wenn die was auf aber ich kann mit der andere was abgehe das ist telefon bei mir moment hat man nicht weiter kann man nicht weiter oben wo bist du eigentlich ich bin unter dir ich war gerade oben schon aber da kommt man nicht weit glaube ich ist nur du jetzt und hier ist ja ja hier kommen wir hoch die zweite rolle oder fast alles zumindest kann eben locker drei stück oder vier stück dort mit anderen was geholt das war eine saugeile aktion wir sind immer um die säule gelaufen und ich immer mit der anderen erstmals meine andere was fast leer geschossen weil es wenn es gibt eine sport picken dann kannst du es mal wieder gesetzt im märkisch niederlässt und anders ja wobei doch wenn es sagt vielleicht ja letzte aktion man haben ihn das kann geben dafür befördern und dann nachher zerstört darüber und jetzt mal mit ja was macht ihr kämpfen die bäste das sind immer noch und ich finde wir haben ziemlich gründchen erster oder immer wieder zu haben über zahne wo bist du naja achte mir auf der Brücke sind wieder gegner also dort noch mal aber in anderbos also dort ist noch einer da unten und her oder ganz unten er bei der straße okay ganz unten ist doch jetzt umfass ich weiß nicht es geht ich geh mal runter wo seid ihr wieder mal bei es ist es gibt gas noch vier drei zwei ein bisschen gleich fertig habe ihn oder kommt auch her kommt viele da kommt viele die wollen die bestieger ich bin ja ich bin da ich bin da wo braucht ihr mich verbraucht der captain es sind das finde ich nicht so cool bei a punkt müssen wir hin da kommen sie jetzt alle ich bin da ich bin über euch drop down wo kann man da unten war der tunnel ja hier unten ist der tonne tunnel tunnel was für ein hässlicher von ihr noch wehpunkt ja ich hab kein leben mehr ich habe nur das schild gleich wieder die feinde hier weggeheult muss der tunnel ist eingang hier direkt erst unten der tunnel ist auf der straße unten unter der brücke aber scheiße ist doch nix ich habe kein leben wenn du noch schild gegen gegner das heißt wenn ich mich jetzt umdrehen zu dir ich bin hinter dir ja sehe ich helfe mir dass wenn ich im kampf jetzt so gemacht hätte welche eine zeit erschossen worden standen mit drei sekunden da und habe auf dich gewartet gott sei dank gerade noch geschafft acht dann hat mich gespottet mit drei ktk tv ja wir haben den abpunkt umstellt ja geht das auf die worte wird und das bomby ganz auch schon geräumt ja also ich würde sagen da bist du tot bin und so und ich hunger habe gehe ich jetzt essen lasst die zwei lappen noch alleine weiter zocken und wir werden beim nächsten mal uns wieder sehen bei der wo ja 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 ja